Ja mal Leute, was geht? Dalle Gaming hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist schön, mal wieder richtig schreien zu können, weil ich bin wieder gesund. Heute oder besser gesagt gestern, also vor 22 Stunden, hat mein Bro Blow Up Gaming, ja, wer ihn noch nicht kennt, abonniert ihn, richtig korrekter Typ, kann ich nur empfehlen. Der Blow Up Gaming hat einen neuen Song rausgebracht und da ich den ersten schon gesehen habe und den eigentlich recht gut fand, habe ich mir so gedacht, so Leute, Leute, diesmal mache ich ein Reaction-Video über seinen neuen Song. Gestern war Abend, ich habe es nicht mehr gemacht, bock nicht am Abend. Deswegen Leute, wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall den Song, ich bin schon richtig gespannt. Außerdem Leute, ist ein Paket angekommen, ja, die Seite kann ich zeigen. Neues Paket ist angekommen von Amazon, was da drin ist, möchte ich noch nicht verraten. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was da drin sei. Und wir gönnen uns jetzt den Song von Blow Up Gaming. Also erstmal, das Thumbnail, top, also hast du dich echt verbessert. Besser als das andere Thumbnail. Was ich noch sagen könnte, so halt beim Thumbnail, vielleicht noch so Fevo oder so ins Schreiben, so wie die anderen alle machen, aber komm, ist ja dein Ding. Also von daher, passt das auf jeden Fall. Leute, wir gönnen uns den jetzt. Ich habe nur ganz kurz reingeschaut, wie ihr seht, und dann habe ich mir so gedacht, komm, ich mache ein Reaction-Video darüber. War gestern Abend. Also Leute, Night Driver. Ich bin bereit. 200 Likes gibt es schon, die Kommentare sehen auch richtig gut aus. Oh, boom, alles Mögliche gut gelungen. Respekt. Okay, Leute, okay. 3, 2, 1. Gönnung. Warum hast du mich rechst mit deinem Auto? Du wusstest, ich würde rechst. Nachts fach ich durch die Streets, nur damit du mich von hinten siehst. Nur damit du mir nicht mehr entfließt, wenn ich auf dich schieß. Lambo Galado, so smooth bewegt sich mein Flow. Fahre Camaro, sorry, Panto. Hinterlasse viele Spuren wie ein Barcode. Wenn ich dann das Pedalkick, weißt du, bist schon getickt. Denn meine, meine Fahrskills sind so sick. Meine, meine Fahrskills sind so sick. Fahr 110 kmh, wenn du ankommst, sind wir schon da. Cops sind auch wieder, Mann am Start. Streets sind leer wie mein Konto stand. Wir fahren durch die Nacht. Night Driver und Vollgas. Das Auto gibt uns Macht. Night Driver sind so krank. Wir fahren durch die Nacht. Night Driver und Vollgas. Das Auto gibt uns Macht. Night Driver sind so krank. Porsche, Jeep, Maserati, Dodge, Chrysler, Ferrari. Gegen mich wirst du verlieren. Fang lieber an zu trainieren. Tritt jetzt aufs Gaspedal. In der Nacht habe keine Wahl. Ampel werden zur reinen Qual. Fahr sie um, treff sie frontal. Fühle mich so schnell wie Indy for Speed. Fast and Furious, das ist unser Krieg. Du kommst nicht klar, wie schnell ich fliege. 200 kmh über den Beat. Reifen drehen jetzt auch schon durch. Die stille Nacht wird durch mein Auto betäubt. Die Bremsspuren, sie sind verstreut. Fahr lieber los, bevor ich's bereue. Es presst dich in den Seed. Die Cops sind so langsam, sie finden uns nie. Die Radarkontrollen für uns nicht mehr real. Wir ballern jetzt los und wir finden das Ziel. Schnelle Autos fahren durch die Stadt. Nachts um vier, ich gebe keinen Fuck. Motosounds sind in der Nachbarschaft. Fahrt nur noch die ganze Nacht. Die Luft ist ran wie mein Benzintank. Der Mond im Himmel der Unternacht. Die Polizei, sie grinnen, geben schon Alarms. Die Folgen, doch haben gar keinen Plan. Ich höre schon einen Shot. Die Reifen sind jetzt auch schon glatt. So früh sie mir nicht rieb so stark. Das war wohl auch unsere letzte Fahrt. Wir fahren durch die Nacht. Nightdriver und Vollgas. Das Auto gibt uns Macht. Nightdriver sind so krank. Wir fahren durch die Nacht. Nightdriver und Vollgas. Das Auto gibt uns Macht. Nightdriver sind so krank. Wir fahren durch die Nacht. Nightdriver und Vollgas. Das Auto gibt uns Macht. Nightdriver sind so krank. Wir fahren durch die Nacht. Nightdriver und Vollgas. Das Auto gibt uns Macht. Nightdriver sind so krank. Nightdriver sind so krank. Ohne Witz Leute. Das ist ja. Hammer. Ich und Blow Up Game. Wir haben einen Song gemacht. Ich muss noch ein bisschen schneiden und so dafür. Weil ich war ja zur Zeit krank und so. Und deswegen hatte ich keine Zeit dafür gehabt. Aber Leute. Dieser Song. Das Musikvideo. Ist tausendmal besser als der Song, den wir beide zusammen gemacht haben. Ey. Hammer. Einfach nur. Ich bin. Bin von den Socken. Diese Szene. Ja. Hier so. So episch. So episch. Ne. Alter. Kriegt man richtig Gänsehaut. So. Finde ich richtig geil gemacht. Sehr viele Kulissen. Alles mögliche. Hier so. So richtig schnell gerappt. Alles mögliche. Es ist zwar richtig, richtig nice. Richtig, richtig nice. Ich habe keinen negativen Punkt. Also eigentlich. Ich weiß nicht was ich da sagen soll. Der Anfang richtig episch auch gemacht. Ne. Das finde ich auch richtig geil. Äh. Hier. Nein. Ey. Hier. Diesen Effekt ne. Den finde ich richtig episch. Ich will wissen wer der geht. Also den finde ich richtig geil. Ja ok. Diese Szene. Die hat mir jetzt nicht so gefallen. Das sieht irgendwie nicht so geil aus wie zum Beispiel hier so draußen oder so. Also ich finde das hier müsste nicht sein. Aber sonst kann ich da echt nichts zu sagen. Ich habe so ein Ohrwurm davon ne. Durch die Nacht. Nein. Driver. Vollgas. Alter das ist so geil. Ey. Das ist. Ich muss erstmal hier kommentieren Leute. Das ist so. Geil. Ey. Ohne Witz. Ich kann das Lied nur loben. Ich muss echt sagen. Blow Up Gaming hat mich in Sachen Musik vollkommen überholt. Also was ich bisher für Songs gebracht habe. Die sind nichts dagegen. Es kommt auf jeden Fall noch was mit Blow Up Gaming Leute. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wie gesagt. Nicht besser als dieses Musikvideo. Aber eigentlich auch schon echt ein lustiger Song. Kann man sich auf jeden Fall geben. Bro. Wenn du das Video siehst. Hammer. Komm. Wisst ihr Leute. Das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Bei seinem Video. Link natürlich in der Videobeschreibung. Ist ja selbstverständlich. Leute. Schaut bei ihm einfach mal vorbei. Ohne Witz. Das ist so geil. So Freunde. Das war es mit diesem Video. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 14.00 Uhr. In einem neuen Video. Haut rein. Und Ciao.